Hallo und schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du Hühnchensaté-Spieße mit Erdnusssoße ganz einfach selber machen kannst. Ich weiß, ich weiß, was du jetzt sagst, du eine lange Zutatenliste, aber die ganzen Sachen kannst du einfach so in deiner Küche aufbewahren. Und das Einzige, was du im Kühlschrank haben musst, sind die beiden Pasten und die Limettenblätter und das Zitronenkas kannst du wunderbar einfrieren. Und dann musst du nur noch das Hühnchen frisch kaufen, selbst das kannst du einfrieren. Zuerst schneidest du die Hühnchenbrust in die Streifen, die man später aufspießt, auf die Holzspieße. Und es gibt zwei Methoden. Ich zeige dir erst die eine und dann die andere. Bei der Methode 1 schneidest du das Hühnchen in Streifen und dann nimmst du jeden Streifen und schneidest oben einen schmalen Streifen ein mit dem Messer. Du schneidest aber nicht ganz bis zum Schluss durch, sondern du hältst zum Schluss an, klappst es auf, drehst es um und schneidest dann an der Stelle, wo du merkst, es wird dicker, an der gleichen Höhe weiter ein. Und wieder nicht bis zum Schluss durch und dann klappst du es wieder auf. Die Methode ist nicht die einfachste, aber so wird das Fleisch überall gleich breit und gart damit auch gleichmäßig durch und man kann ein Stück pro Spieß benutzen oder vielleicht mal zwei, je nach Länge. Und nichts fällt in den Grill. Das ist manchmal das Problem, wenn man kleinere Stücke hat, dass sie dann in den Grill fallen und das passiert bei dieser Methode nicht. Die Stücke an der Seite sind ja immer ein bisschen schmäler und kleiner. Da langt es, wenn du einmal einschneidest oder sogar, wenn es ein ganz kleines Stück ist, wenn du es einfach nur mit dem Messer so ein bisschen flach drückst. So, jetzt zeige ich dir noch die zweite Methode, bei der schneidest du einfach die Hühnchenbrust in Scheiben, meistens drei Scheiben und setzt dein Messer auf einer Seite an, auf der gewünschten Dicke, so einen halben Zentimeter vielleicht. Und dann hältst du die Hand am besten oben drauf und schneidest einmal unter deiner Hand entlang. Und dann nimmst du das geschnittene Stück und schneidest es in Streifen. Ja, jetzt kannst du das Fleisch marinieren. Ich mache es am liebsten in so einer verschließbaren Plastiktüte. Du kannst es natürlich aber auch in jedem anderen Gefäß machen, das einen Deckel hat. Als nächstes klopfst du das Zitronengras mit so einem Fleischkloppern, ein bisschen flach, dass die Marinade schön den Geschmack von dem Zitronengras aufnehmen kann. Danach kannst du deine Kokosnussmilch öffnen und oben ist meistens so ein bisschen Fett drauf. Und da nimmst du drei Löffel ab und tust das zur Marinade. Den Rest von der Kokosnussmilch hebst du auf, nachher für die Erdnusssoße. Dazu kommen jetzt noch ein Esslöffel Fischsoße und ein Esslöffel Sojasoße. Ich weiß, manche steigen bei Fischsoße aus, aber es riecht komisch, ich gebe es zu. Aber wenn es in der Marinade ist, ihr schmeckt es nicht raus und es macht total viel aus, ihr war Roma. Für den frischen Geschmack gebe ich jetzt noch vier Limettenblätter aus dem Gefrierschrank dazu. Und die reiche ich so ein bisschen an oder zwetscht sie so ein bisschen, dann geht der Geschmack auch besser in die Marinade. Die Gewürze, die jetzt noch zur Marinade dazukommen, sind frisch gemahlener Pfeffer, Zucker und Kurkuma-Pulver. Als nächstes kommen noch zwei Knoblauchzehen zur Marinade und bei meiner Presse ist der Vorteil, dass man es nicht schälen muss. Ich habe die ehrlich schon seit über 25 Jahren, die ist von Silis. Ich verlinke sie euch unten, falls ihr Interesse habt. So, jetzt kommt der große Vorteil von der Plastiktüte. Man kann alles einfach so in der Tüte verkneten und so die Zutaten gut verrühren. Jetzt ist es Zeit, das Fleisch zur Marinade zu geben. Einfach alles in die Tüte schütten. Ich gebe noch einen Spritzer Reisessig zur Marinade, das hätte ich fast vergessen, dass das Fleisch schön zart wird. Jetzt alles gut von außen verkneten, dass das Fleisch wirklich komplett mit Marinade bedeckt ist. Danach verschließt du einfach die Tüte und legst sie in den Kühlschrank, bis du sie brauchst. Ich würde sagen, so zwei Stunden wäre gut, über Nacht natürlich besser, aber stresst dich nicht, wenn du keine Zeit hast. Zwei Stunden sind ausreichend. Jetzt kannst du mit der Erdnusssoße für die Satie-Spieße anfangen. Du brauchst einen kleinen Topf, weil die Soße muss aufkochen. Und dann fängst du einfach mit der Erdnussbutter an. Dazu kommt dann eine Knoblauchzehe, durchgepresst. Das Paprikapulver. Anschließend gibst du noch zwei Esslöffel Fischsoße dazu. Jetzt kommt noch der Zucker dazu für die Süße. Danach einen Esslöffel von der Tamarin-Paste und einen Esslöffel von der Massaman-Curry-Paste und löst die ein bisschen in Wasser auf. Leider ist das Filmmaterial irgendwie verloren gegangen mit dem Massaman-Curry, aber das ist auch so eine Paste im Glas, die ihr im Kühlschrank gut aufbewahren könnt. Jetzt gibst du noch den Rest von deiner Kokosnussmilch dazu, die übrig geblieben ist von deiner Marinade. Danach alles nur kurz verrühren und dann kommt sie auf den Herd. Jetzt bringt ihr die Soße zum Kochen und lasst sie dann so leise köcheln. Ja, so für zehn Minuten kommt immer ein bisschen auf die Kokosnussmilch an und welche Konsistenz die hat. Manche sind ein bisschen dicker, manche sind sehr wässrig. Lass es einfach so lange kochen, bis es eine soßige Konsistenz hat und bedenkt, dass wenn es abkühlt, dann wird es noch ein bisschen fester. Man lässt es nicht komplett auskühlen, man serviert es bei Raumtemperatur, aber es wird auf jeden Fall noch etwas fester. Bleib auf jeden Fall dabei, weil das ist so eine Soße, die brennt auch gerne mal an und rühre immer mal ein bisschen durch. Wenn deine Soße dann die gewünschte Konsistenz hat, dann kannst du es einfach in eine schöne Schüssel oder wie hier in einem Glaskontainer umfüllen und bei Raumtemperatur abkühlen lassen. Ich lasse immer den Löffel drin stecken und rühre es immer ab und zu mal um, denn das Fett von dieser Kokosnussmilch setzt sich manchmal gerne oben ab beim Abkühlen und rühre es einfach immer wieder mal runter. Nimm dein Fleisch so eine Stunde vorm Grillen oder Braten aus dem Kühlschrank, dass es zu Raumtemperatur kommt. Einfach, dass es schneller durchgart und in der Zeit kannst du die Holzspieße einfach im Wasser ein bisschen einweichen. Nach so 10 Minuten kannst du die Holzspieße umdrehen, dann sind sie vollgesaugt und können sich auf der anderen Seite vollsaugen. Und das machst du einfach, dass sie beim Grillen später nicht so ankuckeln. Als nächstes kannst du das Fleisch auf die Spieße auffädeln. Nimm dir einfach einen Spieß aus dem Wasser und dann steckst du das Fleisch so drauf wie so eine Welle und stichst einmal oben und einmal unten ein. Je nach Länge von dem Hühnchenstück brauchst du nur eins pro Spieß oder manchmal zwei. Ich schiebe es dann immer noch so ein bisschen hin und her, dass es gut verteilt ist. Das Rezept verlinke ich dir wie immer in der Infobox. Wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch oder du kannst den Kanal natürlich auch abonnieren. Das hilft mir enorm und ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Jetzt ist es endlich Zeit, eure Saté-Spieße zu grillen. Heizt den Grillgut vor und stellt ihn dann auf niedrige Temperatur. Und dann langt es dem Hühnchen, wenn es so zwei bis drei Minuten auf jeder Seite gegrillt wird. Jetzt die Spieße einfach umdrehen und von der anderen Seite noch mal zweifelst drei Minuten anbraten. Und so sehen die Saté-Spieße aus, wenn sie fertig gegrillt sind. Zum Servieren könnt ihr jetzt einfach die Erdnusssoße direkt oben drüber geben oder einfach so servieren und die Erdnusssoße nebendran stellen. Und obendrauf gebe ich immer noch frische Erdnüsse. Die habe ich immer so da ungeschält in einem Glas. Und dann schäle ich sie mir einfach und mache sie immer so ein bisschen klein und streue das noch oben drüber. Es gibt einfach noch mal so ein bisschen Gransch. Dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.